Guten Morgen Leute, wieder mal was Neues von mir. Heute mal mit einem Witz. Treffen sich zwei Elefanten, sehen einen nackten Mann. Sagte ein Elefant zum anderen, ey sag mal, wie kriegt der das Essen in den Mund? Ja, Männer, das fragt euch jetzt mal. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ein Däumchen, ja ein Träumchen. Hab euch lieb.